Nach den ersten 3 Ender-Folgen, die ja mittlerweile seit fast einer Woche draußen sind, sind die Meinungen der Fans gemischt. Einige lieben die Serie, darunter auch ich selbst, andere finden sie zu langsam und zu langweilig. Das wird sich vielleicht ab Staffel 2 deutlich ändern. Im neuen Interview von Tony Gilroy mit dem Rolling Stone Magazin wurde Gilroy nämlich darauf angesprochen, wie es war, 5 geplante Staffeln auf 2 runter zu kürzen. Seine Antwort, er überlegte sich, wie es denn wäre, wenn sie das Erzähltempo der Serie enorm anziehen würden. Und so wurden dann 4 Staffeln auf je 3 Folgen gekürzt. Das heißt, von 12 Folgen pro Staffel gibt es jetzt 3 Folgen, die diese Geschichte der ganzen Staffel in einem Abschnitt einer einzigen Staffel erzählen sollen. Die Geschichte wird dann also auf ein Viertel dessen reduziert, was sie sonst gewesen wäre. Die Fans, denen es jetzt zu langsam ist, wird das sicherlich freuen. Aber mal schauen, ob Staffel 2 es dann auch schafft, die gleiche Tiefe zu behalten wie jetzt. Für weitere kurze Star Wars Videos wie dieses, lass dein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.